Vom Nacken in die Augen, aus den Ohren in die Stirn Ich weiß echt nicht, was mehr wie tut mein Groß oder mein Kleinhirn Am allerliebsten würde ich sterben, das beendet diese Qual Und dann kommt dieser eine Kommentar und macht das Ganze asozial Komm, die simuliert, so schlimm kann's doch gar nicht sein Wären wir Geschwister, du wärst Abel, ich wär kein Es gibt Spannungen bei uns, bei mir im Kopf, bei dir im Gesicht Naiv und nicht initiativ, nicht ganz ergreifend, nicht ganz dicht Triff bisschen Kopfweh, überhaupt, wo ist denn der Beweis? Du dummer Hund, ich leg dich flach und zwar aufs nächste Gleis Drücken, stechen, ziehen, hämmern, in meinem Kopf arbeiten, Maura Zwei Dinge, die mich triggern, helles Licht und deine Aura Du nennst es schwach, ich nenn es Wahnsinn, mein Kopf, der brennt echt wie die Hölle Hölle, 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 Hölle Eiskalter, Lappen reicht mir da nicht mehr So ein Wahnsinn, hab Migräne und bin metaflühlig Fühlig, 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 fühlig Halt dein Maul, wenn du denkst, das ist Müll Ab Schmerzen von Mai bis April, ich wills nicht Klappe 18 oder so, ich weiß nicht Let's go Alter, Susi's Mimic auch einfach völlig eine andere Vitale Susi ist in ihr persönlichen Safe Space Ja, also das ist wirklich, das ist mein Feelgood-Moment gerade Das ist ja köstlich, das Ding Das ist ja köstlich Ja, ich werd ja nicht gebildet Aber trotzdem, siehst du toll aus Das sehen alle toll aus, Entschuldigung Wahnsinn Wir tun da los We can do this Weißt du dein Kaffee in der Hand behalten? Ja, das ist einfach cool Ja, find ich super Dazu viel Takes Ich will das Kamera Entschuldigung, ich fänd's toll, wenn wir das in meinen Schritt eintreten Also nicht, sondern, ich weiß schon Halla, 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 Halla Mir leid, Tobi Zeig mir die Fussel Ich fühle mich böse an, ich fühle mich witzig Ja, vor allem in der Fusselrolle regt das schon Ich möchte kurz was sagen Da kommt ein Auto Das ist mir egal Tobi lässt mich jetzt überfahren, weil sein Mantel voll gefusselt ist Okay Auto Da kommt noch ein Auto Alle haben so viel Spaß Seht ihr mich, Entschuldigung, bin ich überhaupt hier, weil die schauen mich weder an, noch grüßen sie mich Ich bin schon hier, oder? Obediere Servus Servus Jede scheiß Waffe hier wird nie gegrüßt Er einmal da wird gegrüßt Das war der bayerische Dialekt Klappe die zweite, dritte Mir tut der Kopf weh Ernsthaft? Nein Nein Gäng, 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 gäng Und weiter Klappe die vierte Geh mal Nicht ganz ergreifend, nicht ganz dicht Ich hab ein bisschen Kopfweh Überhaupt, wo ist denn der Beweis Du dummer Hund Ich leg dich flach und zwar aufs nächste Kreis Drücken stechen, zieh in Auto Und dein Auto Wer hätte denn das gedacht? Also wer Ja So in seinem Auto dritten sitzt Überhaupt, wo ist denn der Beweis Du dummer Hund Ich leg dich flach und zwar aufs nächste Kreis Drücken stechen, zieh in In meinem Kopf habe ich einen Aura Zwei Dinge, die mich triggern Dann flieh uns keine Aura Ihr machte Zuge Naja Tobi macht Zuge Ja, was ist Zuge? Ich hab jetzt schon wieder den ganzen Text vergessen Wie egal Wird Also sieht schon cool aus, aber auch irgendwie ein bisschen anstrengend Ist ein bisschen wie du Drei, zwei, eins Ich bin umgeknickt beim District-Cute-Wähnen Ist ein Arbeitsunfall Es gibt keine neue Jacke Neues Kniegelenk Ich wollte gerade sagen, neues Sprunggelenk Sprunggelenk-Date machen wir dann auf Boah Beugen willkommen Auto Und dann kriegen wir Pizza im Wert des Sprunggelenks Boah Wann gibt es denn eigentlich die Pizza im Wert der Jacke? Morgen Ehrlich jetzt Ja Herrlich Ich grüße jetzt keinen Witzigerweise steht District auf Leute, die nicht zurückgrüßen In meiner District-Liste Und ich glaube, es ist Zeit, dass man den mal abfuhriert Ein Furz im Zimmer ist sehr viel schlimmer Ein Furz im Freien ist zu verzeihen Halla, 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 halla Heiß, kalt, der Rücken reicht mir da nicht mehr Heiß, die Fahrt, der Rücken, ich bin fett auf Lühe Fühling, 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 fühling Du bist so fett, obla wohl Ich will's nicht Kann man das Handy noch irgendwo aufstellen und ein nettes Gruppenselfie machen? Fand ich sehr nett Ja Ja? Ja Ja